Hallöchen Muchachos, Willkommen zurück bei den Losers, ich bin der Deko und wir zocken ein weiteres Rant-Game, unser fünftes Placement-Match ist das heute, mit von der Partie, natürlich, Mabossa. So, da geh ich extra mal mal nach vorne, um schön in das neue Mikro reinzulullen. Ich glaub, das hört sich jetzt besser an als vorher. Das hört sich übrigens voll kackern. Eigentlich wollten wir zusammen auf die Botlane, Deko als Jinx und ich als Nami oder Leona. Im Endeffekt wurde es nichts, weil die einfach ADC gepickt haben, aber ist nicht schlimm. Ich dachte erst, ich dachte erst, die Welt will top gehen. Was Troll hat er gekickt? Warte, ich check mal eben die Runen von ihm. Da steht gerade Troll ADC Jays with Faer, Runes and Masteries. Armour Penetration, Magieresistenz und noch mehr Armour. GG. Ja, ich zock einfach mal Nasus top. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss den ADC picken, bis ich noch 15 Sekunden zur Auswahl hatte. Und dann sagt mir so, schnell, check it top. Und ich so, was? Ich hab noch schnell Nasus gepickt. Also wir haben ein richtig schönes Late-Game. Late-Game-Team. Natürlich darf mich der Rennington im Early nicht zerreißen. Ich hab noch, ich hab schon ewig nicht mehr top gespielt. Noch ewiger nicht mehr Rammus. Äh, Nasus. Und noch, noch, noch ewiger nicht Nasus gegen Rennington. Ich weiß eh nicht, ich glaube das letzte, was ich Nasus gegen Rennington gespielt habe, war bei unserem One-on-One. One-on-One, one-on-One. Das ist ja schon ungefähr fünf Jahre her, ne? Aber Nasus kannst du doch ganz gut. Nein, ich konnte ihn früher mal ganz gut. Ich meine, wie gesagt, ich spiele so gut wie keinen Top mehr. Oh fuck. Ey, hauptsache der hat so einen miesen Hip-Hop-Tune hier. Wie geil ist der denn, Alter? Nasus ist ja so ein miese Hopper hier. Mit dem Scan. So, gucken wir doch mal. Also ich meine, so oder so, Nasus hat ja schon mal krasse Lifestyle, deswegen. Ich hab mir gerade den ersten Sub geholt. Nidaleh Yolo da irgendwie rum. Was ist Nidaleh denn überhaupt? Ach, die ist eigentlich, ich glaube die tollen wir alle gerade. Ist das ein Free Win? Also könnten wir für unsere Statistik auch übergucken brauchen. Was stimmt. Muchachos, ihr müsst euch natürlich auch unsere vorherigen Ranked Games angucken. Ich kann euch versichern, dass die Losers immer ehrenhaft gespielt haben und vor allem gut gespielt haben. Genau. Never surrender-mäßig. Never surrender. Oder Deco auf jeden Fall. Ich wollte da mal zu erinnern. Hauptsache ich hab die ganze Zeit die so mit dir gelabert und hab gar nicht gemerkt, dass der Javan da von hinten kommt bei mir. Die hat mich fast gekillt. GG. Okay, Nidaleh macht gar nicht so scheiß Spärs, aber... Spärs. Spärse. Mehrzahl, plural, Spärs. Mehrzahl, plural. Das ist doch richtig. Gegen so eine Lane habe ich jetzt noch nie gespielt. Ich kann die gar nicht einschätzen, wie ich reingehen darf oder nicht. Oh, die Nidaleh geht noch Full AP. Das heißt, sie wird wenig Knete haben. Naja, aber du weißt ja, du hast ja schon mal eine Full AP Nidaleh gespielt. Das ist Rennik, glaube ich, ne? Ach, Full AP. Deswegen, ich glaube, im Early-Ref darf ich nicht so rein. Ich muss erstmal ein bisschen tankiger werden, dann geht das. So, einmal den E-gelevelt. Ich sag jetzt auch erstmal genug. Okay. Da ist Flash raus. Rennikton ist, glaube ich, sogar zurück. Nein. Nein, ey, du hast auch Käse von hier. Das war so Käse von ihr. So, dann Borden war doch mal hier drinnen. Oh, fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, fuck. Oh, das war auch Käse von mir. Kein Mana. Inga hat er noch über den Free Wing gelabert. Das war von der Vayne davor schon richtig, richtig Käse. Also, wenn ich Käse sage, dann... Dann meinst du Käse? Mhm. Amtsache, ich habe da so eine Jace Nidaleh Bot Lane und Throat us da, oder was? Mhm, ja, das kann man echt sagen, Theron. Sie ist unter den, also Vayne ist unter den Tower gegangen, hat dadurch einen Tower-Shop bekommen. Und dann, beim Rückzug, hat sie noch auf maximaler Reichweite Nidaleh Speer bekommen. Also, schlechter geht es schon gar nicht mehr. Also, worst case, mir auch so. Das heißt, wir spielen jetzt safe. Ja, im Moment ist sie noch chillig farben und so, ne? Einen Gank abgekommen, aber sonst kann der Nasus mir nicht fehlen und ich den Nasus auch nicht großartig was. Das ist ja so ein schönes, äh, ich kann ja schon was sagen, Geschwister-Duell, ne? Ja, ja. Ja, ja, ist ein soer Geschwister, glaube ich. Hier, hier! Rune, schade, dass du nichts machen kannst. Ja, und Jabba hat seinen Flash raus. Das ist ja auch schon mal was. Ich hatte noch nie so krasse Mana-Probleme mit Leona. Ich weiß gar nicht, ich habe Leona auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich sowas erinnert habe. Kann ich mir zwar eigentlich nicht vorstellen, aber man wächst ja nie bei Rito, ne? Genau. Ja, das ist ein chilliges Game. Ich bin auch ehrlich gesagt... So, ich gehe jetzt zurück. Eins, drei habe ich, glaube ich, noch nicht zurück. Oh, die lässt sich immer... Wenn ich hier nur chillig meinen Kuh fahre, brauche ich auch gar nicht so mehr Mana. Mein Kuh kostet nur 20. Töne nicht mit dem Tempel der Assemblerung. Töne nicht mit dem Tempel der Assemblerung. So, jetzt gehe ich zurück. Jawohl. Well played. Schön gebetet. Mäh. Mäh, näh. Also wenn wir das verlieren, dann müsste ich Harry Potter eigentlich einen runterholen. Und darauf habe ich gar keine Lust. Ich hingegen würde es gerne sehen und die Muchachos wahrscheinlich auch. Was sagt ihr dazu, Muchachos? Wollen wir sehen, wie Marvin Harry Potter einen runterholt? Das ist eigentlich eine Frage, Alter. Was will ich noch wieder sehen? Da gehen wir jetzt weg. So, ich habe jetzt nochmal schön Rüstung geholt hier. Also der Rannigan und Schuh habe ich mir auch leisten können. Wüsste nicht, was hier noch schiefgehen kann auf der Land? Ja, also ich fahre mir mal ein Teil und rastere dann weitgehend aus. Deswegen, ich wollte gerade sagen, ich kenne ja, der Anfang mit Rannigan ist easy gegen Nasus. Aber irgendwann, wenn die Stacks richtig brennen, dann ist es auch ein Wüscher dagegen. Nein, Elise, please. Ehm, Jarvan ist nicht bei euch, wa? Oh fuck, die spielen so ein YOLO-Game. Ich komme nicht rüber. Ja, sehr schön. Ich musste überhaupt nichts machen, ey. Oh, wie geil. Marvel lässt sich carryen. Nicht möglich, aber ähnlich. Strange Game, by the way. Nasus-Nasus-Ulti für nichts rausgeblattet, Alter. Also Rannigan-Ulti. Rannigan-Ulti ist draußen, Alter. Für nix, wirklich für nix. Er ist wieder in Tower gechased. Ich habe ihn unter dem Tower gesloatet, dann bin ich ihm hinterher, während er gesloatet war und er abgeraunt ist von mir, mit Qs immer hinterher. Und genau in dem Moment, wo ich umgedreht bin und wieder unter meinen Tower zurückgegangen bin, hat er seine Ötik gezündet. Gut gespielt. Gut gespielt. Mein Dekor-Op, ne? Hier ist Jarvan. Scheiße. Einen Kruh-Naus hätte ich ihn gekillt. Aber jetzt muss er erstmal weggehen, verliert Farben. Alles in Ordnung, ne? Hier brauche ich eigentlich noch für die Faust. Also hier Jarvan-Shield die ganze Zeit. 1500. Jarvan-Shield unten, ist natürlich. Ja. Ich habe auch Rannigan gerade auf der Top-Lane weggefickt. Das heißt, äh... Es könnte jetzt sein, dass er bei euch auftaucht. Wolle er gerade back ist, wenn da irgendwo Action ist. Aber eigentlich... Sehr schön. Okay, da ist er jetzt weg. Sehr schön. Ah, sie haben Drake gemacht. Ja, habe ich gerade gesehen. Aber guck mal, alle Lanes kriegen jetzt richtig auf die Schneuze dafür. Komisches Game, das erstmal... Das ist so, so krass ist. Ist das unsere Zeit gerade? Ist das unsere Zeit? Oh yeah. Ich habe ja immer noch die Sorge, dass wir so weit oben platziert werden, wie der gute Pop-Rot. Ja, was ist das Pop-Rot? Von Gold 2 oder so auf Silber 1. Ist schon nervig. Ja, aber ich fürchte auch, dass wir an Silber platziert werden. Hm. Silber 1 wäre natürlich... Man wird aber nicht bei 0 Punkten platziert, glaube ich, oder? Äh, kann ich dir gar nicht sagen. So, Sustain mehr. Was heißt Sustain? E oder 2? Also irgendwie so... Silber 1 und... Und irgendwie... 50 Punkte oder so. Ich weiß nicht, ob mein Punkt ist. Aber du sollst ja wenig machen, Alter. Ja, ich kann gar nichts machen. Oh, Renekno Flash. Oh, die... Die ficken ihn noch! Sehr schön. Ne, knapp, ja. Nur wegen der Ulti. Oh, noch 20 Gold. Oh. Lol. Die Elise fickt sogar noch den... Den, äh, Javan weg. Sehr nice. Sehr schön. Ist die Elise fett oder ist die einfach... Oh, jetzt hat Annie Elise weggepickt. Oh. Oh. Nein. Nein, sie schafft es echt nicht. Schade, schade. Und Leblon hat einen Fail Jump gemacht. Und Renekno is missed. Okay, jetzt müssen wir uns mal wieder fangen, ne? Weil... Du musst jetzt deine Land durchpushen, weil Renek in der Mitte ist. Ja, ich pushe. Ich bin nicht hinter mir. Ich bin hinter mir. Elise versucht zu halten, schafft es aber nicht. Mann, voll das komische Game. Es scheint echt so ein Holo-Game zu sein. Fühlt sich an wie ein Normal. Ich versuche noch zu kommen. Ich versuche noch zu kommen. Das ist richtig strange. Warum kommt dann jemand? Lol. Die Leblon hat sich auf den Weg gemacht. Das ist dann einfach abgehauen. Ich hate. Jetzt kommt Vayne, was hatten sie die ganze Zeit gemacht? Ich kann vielleicht ein bisschen... Schade. Oh mein Gott, ey. Erst kommt Leblon zur Top Lane verschwindet. Dann geht Vayne zur Top Lane und verschwindet auf den Weg wieder. Richtig Käse! Die Rotations bei uns sind echt abgrundtief Käse. Ja, jetzt holt Bane sich immer den ganzen Farmen. Und dann stirbt sie auch noch. Echt? Ja, die Annie ist gefährlich, ne? 6-4. Woher sind die Fotze? Sie toilen, um zu leben in Foolsparadise. Da, aber Bottlen ist er. Uuuuh, gerade so! Habe ich ihr dieses Spinnenhille gerettet? Die Mörder sind nicht gemeint, um zu regeln. Wir haben nicht vergessen, die haben, ähm, Drake gemacht, ne? Wir kommen. Hope is the Opiate of the Frail. Faint is a Manifestation of my will. Okay, ich geh zurück. Sehr schön. Ich bin der Bane, Arbiter. Ich bin der Bane, Arbiter. Okay, gegen drei Leute will ich auch nicht. Okay, gegen drei Leute will ich auch nicht. Hast du... Hast du ein Wort? Oh! Oh, ja! Oh mein Gott, ey. Nice date von dir. Wir müssen sich auf die Schulter klopfen. Oh, die kann euch doch retten, ne? Wir kriegen auch einfach keinen Drake, ne? Sehr schön. Oh! Oh! Nice! Les Blancs machen so gut. Für sowas finde ich da mein Ultima. Mein, mein Ghost meine ich. War super. Wir haben sogar geacet. Plus Drake. Kein Dwarf hier. Ich habe meine Ultima. Ich könnte theoretisch versuchen, den Renekon zu killen. Laut der Aufrüstung. Hat auch schon Magieresistenz. Theoretisch müsste ich... ... vorne sein. Ich bin jetzt vorbei. Oh! 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 Ich bin auf der falschen Seite. Egal. Warte doch, jetzt, jetzt, jetzt. Push ein bisschen. Obwohl! Ich bin jetzt. Oh! Oh! Wieso soll ich uns verküssen? Oh, dann wechselt du was. mein ulti war ein bisschen overextendet hättest du mal meinen weg eingeschlagen ganz 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 grobe fehler alles in top lane wohin geht's jetzt das sind so sachen das muss man einfach machen ich habe echt ein bisschen angst vor any also die bürstet ich krass ja ich will jetzt auch gerade mal ein bisschen ich habe jetzt spirit visage also unser team ist auch voll grotte die stadt Schade, schade. Hab ich gefehlt. Ich hab das Ignite zu spät gemacht. Ich hätte einfach nicht mehr rangehen müssen auf den Genre. Der war eh tot. Puschen? Diffen können wir eh nicht. Oh ok. Ein bisschen schaffen wir. Oder auch nicht. Ich hätte meine Ultien auf den Götten sogar eingeben. Naja, aber... Ne, da war ein Fehler von mir. Ich versuche noch zu kommen, komm. Oh, dieser Burt, ey. Oh, any Ultien ist nichts. Oh, any Ultien ist nichts. Was ist da mit dem Blanken? Vielleicht können wir noch was machen, ne? Ja, hab ich auch gedacht, solange bis any dann kam. Ok, aber wir schaffen das. Du bist ein fetter Nasus, was hast du? 3-2. Ich hab gar nicht so viel. Ne. Ich hab 1-3-12. Das einzige was ich habe sind 300 Aufladungen. Elisa. Geh nicht so bald wieder rein. Elisa. Das war dieses. Das ging aber von Elisa. Oh. Du nicht auch noch? Was machst du denn da? Oh mein Gott. Was machst du denn da? Ich hätte nicht mehr reingehen sollen. Wir thronen das gerade, aber Hathor. Ja, ich hätte da aber nicht mehr reingehen sollen. Ich dachte, ich könnte die Olna noch retten, aber da habe ich die ganze Zeit mit uns geblockt und dann kam er nicht dran. Die sind eigentlich so schlecht, eh? Ich muss tankiger werden, damit ich da einfach so durchmarschieren kann. Tower. Ja, was soll ich machen? Kann ich. Ich will weiter farmen, aber sind die ganze Zeit zu scheiße am fighten. Ich will gar nicht dabei sein bei den Fallz. Das ist die Opiate der Frail. Sehr schön. Also unser Team hat gerade richtig Probleme mit den Rotations. Drake, ist das schon up? Haben sie den schon? Ne, ne? Kann der Elisa fighten? Elisa fightet gegen Renekon. Charvan kommt aber auch. Ah. Die fightet aber auch einfach, ne? Scheißegal. Das wird hier nichts. Ja, die Elisa ist echt Käse. Aber ganz ehrlich, das ganze Team ist Käse. Das Gegnerteam ist auch komplett Käse. Ein Käsefondue ist das hier. Oh, die nächsten Drake, ey. Die haben schon zwei jetzt. Oh, die nächsten Drake, ey. Die haben schon zwei jetzt. Bist du nicht entstand. Okay, ich warte jetzt auf dich. Wir sind die Engager. Wir können die richtig zerstören. Na, ich würde natürlich gerne verhörterlich machen. Hier den Blue-Buff. Renek ist aus der Position. Oh, sowas von. Beide. Na ich glaube die hatten den Ward, aber Renekon wird wirklich nicht. Niederlehrt kein Flash mehr. Ist auch schon viel Wert. Boah da muss man echt noch Jey? Jey ist top, ich ziehe. Oder Jey ist wegziehen. Ja, den schnappen wir uns. Der stirbt wieder, der stirbt. Ey, wieso da jetzt wieder drei Leute, auf die vier Leute auf dem fucking toplane laufen, um einen Spachstil zu können, der sowieso nichts drauf hat. Ist wieder so useless, ey. Aber alle sind ja noch umgedreht, ne? Oh, hier. Flashed. Ich würde gerne noch einmal zurück gehen. Ich würde gerne noch einmal zurück gehen. Schopo! Ja, ich kann die ganze Zeit nicht fahren, weil ihr die ganze Zeit so ein mieses Fight öffnen wollt. Du hast ja, wie lange noch bis zum Teleport? Ja. 68 Sekunden. Es ist echt krass, dass die so viel drücken waren. Also... Ich kann wieder nicht auf meine Top-Lane gehen und pushen, weil die Vollkost durchgepusht ist. Ich würde gerne mit Vayne jetzt Bot quotieren, aber... Das wird auch nichts. Oh fuck, die gehen alle in der Mitte. Oh, Vayne lässt sich immer von jedem Shotgun erst treffen. Wir brauchen dich hier, wir brauchen dich hier. Der Tor fällt. Tato. Tato. Und blau. Ja, da. Ich weiß nicht, wenn ich hier draußen soll. Ich kann einfach nur Vayne retten. Ge-Aced! Double kill Nasus. Das war auch höchste Eisenbahn ey. War nur Ulti angemacht, Ghost an. Fuck you Annie. Die hat auch Insta-Sonyas gezündet. Ich bin der finalen Arter. Schnell lassen. Die sind alle wieder am Leben. Wir müssen uns beeilen. Da kommt auch eine Schiele vor. Echt? In der Mitte. Ja, es hat gereicht diese Beta-Rei. Oh mein Gott. Das war echt ein All-In. Aber der All-In ist durchgegangen. Das ist der Weg, dass die Welt einbaut. Hm... Krass, was du? Kannst du mal kaufen? Insta-Runduins gekauft. Sehr schön. Am liebsten würde ich noch mal irgendwie Resistenz-mäßig kaufen. Mach Banshee's Veil. Sie leiden, um zu leben in einem Fohls-Paradies. Ach. Nein, die machen schon wieder Drake? Wollen wir da was? Wird eh nix. Hey. Die Liese, ne? Scheiß ey, die steht zwei Zentimeter vor ihr. Und sie schafft es trotzdem... Das Ding zu verkacken. Geht nicht an den fucking Busch da ran. Ja. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Die haben wir auch gleich. Ja schön. Aber die, die können wir nicht schießen. Ne, ne, ne. Hat die eben nicht den Dreck gemacht? Und Drake ist es noch an? Die haben gerade den Ruder gemacht wahrscheinlich. Oh, Mortality is guilt. Oh, wie waren wir denn da? Hey, lasst mir doch meine fucking Kills, ihr Huren-Sönne! Was? Ich hau da den ganzen Scheiß-Damage drauf, Alter. Ich hab den sogar gefunden, weißt ihr? Ich hab den zuerst gesehen. Das war mein Kill. Oh mein Gott, was ist das für ein Game? Es läuft so super, aber... Alle spielen scheiße, wirklich. Es läuft super, aber es fühlt sich äußerst unsauber an. Ja, es ist wie... Wenn nichts eigentlich klappt, wie soll. Wie als wenn... Ihr eine Arbeit nimmt von einem Kollegen, gibt sie beim... Beim Lehrer ab und ich krieg eine Eins. Okay, ist geil, aber... Irgendwie, ne? Also ich hätte da keine... Keine Hemmungen. Ich spür nicht, das ich gar nicht fern kann, ne? Wieso müsst ihr denn die ganze Zeit da... Egal, ihr macht da Faxen, lasst euch Faxen machen. Wenn ihr ohne Nasus kämpfen wollt, dann kämpft ohne Nasus. I don't care. mit der lane no flash by the way ich push hier jetzt erstmal aber schon fast 500 aufladungen hier müssen wir eine lane ordentlich durchpushen du machst das genau richtig jetzt gegen den stromschirm hier bei diesem komischen game aber der rannigan camber top ich habe wieder fast 2000 knete ich brauche noch 300 oder 400 400 brauche ich noch genau für banshee's veil jeder fork in der rand lebt um Feuer oh, oh, schön ooooh ooooh hopp hopp alter wieviel ich noch auf dich draufgeknallt habe mein supporter halt bin solari ich habe er nie gekillt bitch wärst du einfach abgehauen dann naja ich bin ein bissiger hund das ziel vor augen gesehen und da musste die forze sterben ist mir doch egal wann die sohn jetzt an der tower anzieht da haue ich ein q auf die mindest drauf dann bin ich nochmal ins deck hole und dann warte ich bis so ne zu ende ist äh botlane pushen bisschen rotieren mutieren ey, dass die wellen wieder top geht ne bamm das gab money 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 oh ich kann es mir doch nicht leisten damit was denn ich habe jetzt banshee's wer noch geholt ich habe jetzt mir fehlt genau 100 dafür ich hole jetzt auch warmux und dann boah ich das einzige äh okay wir haben genug damage wir haben genug damage wir haben genug damage also nur um das mal klar auszudrücken es kann niemand mehr damage machen als ich ja nirgendwo rot was ist verkehrt bei denen mein q ziel einfach mal 700 500 plus 121 plus 110 530 äh 730 also 5 5 5 wann ist denn der drake 2 minuten warum positioniert sich da jeder das ist doch nichts genau push da mal weiter annie ist hier und meint sich kann ich nein 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 weg vom stundenglas und dann komm komm warte ich will dich noch retten mal ich will dir ficken einfach nur ficken das war echt käse digga man ich will doch einfach nur enya ausschalten die olle rettet sich einfach immer ich hab dir vorher gesagt dass es eine käse ist niemand ist fucking mächtiger als nasus warum leute aber wenn macht schön endlich finally sie lennt dazu muss man sie auch mal aufmuntern hier auch mal loben leute leute äh oh und da schau's ab ne ich liebe leonas kombi meinst du nicht dass es so ein scheiß ding wird wie ich weil die wissen auch dass wir das machen na ok fürchtet euch nicht lasst es uns ja jolo ey es geht so schnell mit rain die bretter da drauf wollen wir uns den renek schnappen renek renek geht den falschen weeg renek renek geht den falschen weeg ok oh ja der drake ist da jetzt haben wir jetzt haben wir wirklich gute rotation ohja sehr nice ich pushe hier weiter ne ohja oh mein gott easy das wird so easy der fight nächster 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 ist da noch mehr ist da noch mehr? achso Annie ist da noch now see the tower damage putz alter wonach achso es wird nicht lang das mach ich doch gar nicht ich aber richtig richtig geil room Das ist die Late-Game-Fahrer, ne? Who the fuck do you think you are? Oh, da könnte man jetzt gerade aus meinem Blick, könnte man gerade ein gutes... ...wein machen oder sowas. What the fuck. 4400 HP. Lol, nice ulti. Was? GG. Solarium Supporter HP. 600, 700. 800. Ich habe auch knapp 4000 Knete, ne? 850 Schaden, ein Q. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ich könnte mir Insta-Frozen abziehen und meine Vayner. Und trotzdem 4400 HP und... ...und nochmal... Ich habe 1, 3, 32. Die LeBlanc hat 20, 3. Und meine Vayner 19, 6. Du bist ja noch eine richtige Pussy dagegen. Und dafür mal einfach... ...most fun. In-game sogar. Ja, pushen wir jetzt mal... Oh, Renek ist schon wieder so out of position, ne? Nein, hierbleiben. Nein, hierbleiben. Loll. Guck mal Enion. Ey, wieso? Die war gar beim Nasho. GG Muchachos! Das war ein dickes, strangestes Game. What the fuck? Also... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es war sicherlich auch... ...komisch anzusehen. Aber ordentlich rasiert. Abdu... ...hat gegen den Strich rasiert. Deku, du hast das letzte Wort. Letzte Wort. In unseren Placement Matches steht es wieder nach 5 gespielten Games. 3 Losers zu 2 Wins. Mal sehen, wie es weitergeht. Falls es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Reingehauen.